Erstmal Käffchen. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video, wenn es wieder heißt RUBBLIKATZE. Ja was haben wir wieder schönes? Ich habe von den letzten beiden Male die Gewinne mitgenommen, das waren dann zehn Stück, also zehn Euro, da habe ich mir gleich zehn Ruckzuck mitgenommen. Schauen wir mal ob das mal was drin ist. Ich hole euch mal her. So auf geht's schauen wir mal. Drückt mal die Daumen, dass mal was Gescheites dabei ist Mensch. Ja leider nichts. Nummer zwei. Leider wieder nichts. Nummer drei. Wieder nichts. Satz mit X war aber nichts. Nummer vier. Nicht mal da. Unglaublich. Wieder nichts. Nummer fünf. Ja Satz mit X war aber nichts. Heute läuft es aber gar nicht gut. Mann, 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 Mann. Einmal zwei Euro. So zwei Euro. So kann ich weiter gehen bitte. So kann ich weiter gehen bitte. Vielleicht noch ein Nuller mehr dran, das wäre super. Ah Mann, wieder nichts. Das müsste Nummer sieben sein. Nein Nummer acht. ja kachin 5 Euro bitte so weiter bitte so weiter ja, der hört auf mich, super wieder 2 Euro yeah und die Nummer 10 last but not least wieder eine Idee, leider nix nochmal ein Schlückchen Käffchen was haben wir dabei gehabt siebenmal nix einmal 2 Euro einmal 5 Euro noch einmal 2 Euro also fasst am Gewinn wieder herin fällt noch 1 Euro falls euch das Video gefallen hat lasst mir doch gerne ein Abo da läutet die Glocke, dann verpasst kein Video mehr Kommentar könnt ihr auch gerne da lassen dann freue ich mich über jeden checkt auch meine anderen Videos aus ich wünsche euch ein schönes Wochenende einen schönen Freitag bis zum nächsten Video ciao euer Mr. Nice Dice tschüss